Hallo ihr Lieben, bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Oder besser, einen kleinen Denkanstoß von unserem Sponsor MSD Tiergesundheit. Genau, und zwar geht es schlicht und ergreifend darum, dass ihr euch einmal ganz grundsätzlich darüber Gedanken macht, wie ihr eure Fellnase ganzjährig vor Flöhen und Zecken schützt. Die Blutsauger haben zwar gerade Hochsaison, aber wegen des Klimawandels gibt es sie mittlerweile ja schon das ganze Jahr. Ja, Zecken zum Beispiel können schon ab vier Grad aktiv werden und Flöhe, ja, die sind sowieso das ganze Jahr über da. Mit den Temperaturen steigt leider auch das Risiko einer von Parasiten übertragenen Erkrankung. Bei Hunden geht das von der quälenden, juckenden Flohspeichelallergie bis hin zu gefährlichen Infektionskrankheiten wie Borreliose oder auch Barbesiose, die sogenannte Hundemalaria. Das beste Mittel dagegen ist immer noch Vorbeugen. Und da haben die Tierarztpraxen nun Gott sei Dank verschiedene Mittel und Möglichkeiten, euren Hund das ganze Jahr zu schützen. Darum meine Empfehlung, sprecht einfach mit eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt darüber, wie ihr euren Liebling das ganze Jahr über zuverlässig vor Parasiten schützen könnt und lasst euch da einfach beraten. Das war's schon. Das war's schon. Na dann, los geht's mit der Hunderunde. Ihr Lieben, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Mittwoch und das heißt, es gibt eine neue Folge der Hunderunde. Und Lisa, kannst du dich noch an, ich weiß gar nicht genau, welche Folge das war, aber da haben wir darüber gesprochen, dass Hundekot sozusagen mit DNA überprüft werden soll. Kannst du dich daran noch erinnern? Kann ich mich daran erinnern. Ich glaube, auch du hast die Geschichte mitgebracht, ne? War das nicht so? Ich glaube, ja. War das in Frankreich oder wo war das? In Frankreich. Pass auf, was ich diese Woche gelesen habe. Ich glaube, ich habe es auch schon gelesen. Südtirol? Ja. Und ja. Auch Südtirol möchte den Kampf gegen den Kot angehen. Also, passt auf. In Südtirol müssen alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer eine DNA-Probe von ihrem Vierbeiner machen lassen. Damit will die norditalienische Provinz gegen nicht weggeräumten Hundekot in der Öffentlichkeit vorgehen. Landesrat Arnold Schuler von der Südtiroler Volkspartei sagte, die abschreckende Wirkung wird enorm sein. Denn jeder wisse, wenn er das Häuflein von seinem Hund liegen lässt oder mitnimmt im Säckchen und hinter den nächsten Gartenzaun wirft, sei künftig die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, relativ hoch. Im vergangenen Jahr gab es allein in der Stadt Putzen 400 Meldungen, weil sich Bürgerinnen und Bürger über Hundedreck auf den Straßen geärgert haben. Die Halterin der Tiere konnten aber fast nie ermittelt werden. Findest du das immer noch so kurios? Ich finde das immer noch super kurios. Ja, vor allen Dingen, ich frage mich jetzt, wenn alle Hunde, natürlich, also die Hunde sind ja wahrscheinlich auch registriert, so wie bei uns. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. Genau. Aber ich stelle mir das trotzdem sehr, sehr lustig vor, wie die jetzt alle zu einer bestimmten Anlaufstelle anscheinend laufen müssen und erstmal eine DNA-Probe abgeben müssen. Erstmal das, was das an Kosten sind. Ich hatte auch gelesen, dass die für diese Einmalakte, also für diesen Abstrich Geld bezahlen müssen, die Hundebesitzer. Und wer sich dort eben nicht eintragen lässt, der hat auch schon mal mit dem Bußgeld zu rechnen. Ach, schön. Genau. Und was dann ja einfach auch super kritisch ist, was ist denn mit all den Wanderern, mit allen Urlaubern, mit allen Besuchern? Die auch ihren Dreck und Müll überall lassen, ne? Ja, natürlich. Also ich meine, die kommen ja auch mit Hunden. Und ich würde jetzt meinen, eigentlich macht jeder den Hundehaufen weg. Ich sehe da ganz viel Besserungspotenzial, weil ich finde einfach eher, die Urlauber müssten dann ja auch mit ins Boot geholt werden. Wie soll das funktionieren? Müssen die jetzt vor jedem Urlaub erstmal einen Abstrich von ihrem Hund machen lassen, das dann auch noch bezahlen selber. Und dann müssen Stadt, Gemeinde, wer auch immer Mitarbeiter losgeschickt werden und Kotproben nehmen, die da rumliegen. Und da muss es im Labor überprüft werden. Also hei, 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 hei. Um ehrlich zu sein, finde ich, das klingt nach einer Idee, die auch aus Deutschland stammen könnte. Ja, und am 1. April gepostet wird. Also ich verstehe ja den Hintergrund, dass man will, dass die Leute den Hundekot wegräumen. Absolut, ne? Also das finde ich auch gut und richtig. Ich zweifle so ein bisschen an der Methode. Aber wer weiß, vielleicht setzt sich das ja durch und ich werde eines Besseren belehrt. Sehr gerne auch. Aktuell finde ich es noch etwas seltsam. Ich kann es mir auch einfach echt nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht. Weil das ja ein übelster Aufwand ist. Da müssen ja dann auch noch Labortests gemacht werden, die ultrateuer sind. Stell dir mal vor, da gehen so zwei wie wir los. Mit einem T-Shirt, mit so einem riesen Kackerhaufen hinten drauf. Du, wir beide gehen rein. Mit so einer kleinen Schaufel und so einem Röhrchen. Und dann piekst du da in diesen Hundehaufen rein, sagst, oh, guck mal, was wir hier haben. Steckst das in dieses Röhrchen und gehst ganz vorsichtig damit. Das muss wahrscheinlich auch so temperiert werden und so. Gehst du wieder zurück in dein kleines Labor, machst dann da diese Tests und sagst dann, oh, der Bruno von der Heide, der war der Übel-Täter. Gut, bin ich gerade froh, dass ich mich für einen Podcast entschieden habe und nicht für eine Behörde. Stell dir mal vor, der Hund hat Durchfall. Ach, naja, gut, okay. Lassen wir dieses Thema. Falls ich jemandem gerade zu nah getreten bin, der in der Behörde arbeitet, ihr macht das alle einen ganz, ganz großartigen Job, aber wir wollen nicht in einer Hundekot-Behörde arbeiten. Nee. Nee. Nee, einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Mir ist dazu irgendwie auch gar nichts, mir fällt auch hier gerade kein guter Überleitbogen zu dem ein, was wir eigentlich machen wollen heute. Schön, dass ihr da seid, wir freuen uns. Es hat auch was mit einer Behörde zu tun im Prinzip. Ui, gut, war eigentlich sehr gut, ja. Mir wäre nichts Schlaues eingefallen. Das ist jetzt aber auch das, ja. Okay, dann komm, hau raus. Das ist wieder was typisch Deutsches, unser Thema, finde ich. Das stimmt, das stimmt, ja, das ist auch typisch. Hundeführerschein nämlich. So nämlich, hat nichts mit Kaki zu tun. Hat nicht, also weiß ich ja nicht, vielleicht. Oh doch, eine Sache, aber die ist nicht so dramatisch. Oh Gott, wir werden dieses Thema heute nicht mehr los. Ist das unangenehm? Ja. Naja, aber der Kaki-Emoji-Haufen seht auch sehr gut, also was heißt sehr gut? Gott, wollen wir diese Folge nochmal von vorne anfangen? Auf gar keinen Fall. Wir lassen sie genau so und auch das lassen wir drin. Dass Mareike jetzt vorschlägt, wollen wir nochmal anfangen? Nö, auch einfach nein. Halleluja. Ich hoffe, ihr lacht genau so wie wir und denkt euch einfach nur, hm, hm. Okay, wollen wir mal dann seriös werden? Ja, Tacheles reden hier. Gut. Hundeführerschein. So nämlich. So. Hau raus. Sammeln wir uns jetzt erstmal. Hundeführerschein ist im Prinzip ja ein Begriff erst seit ein paar Jahren, oder? Ja, denke ich schon. Weißt du, warum der eingeführt worden ist damals? Tatsächlich, weil es viele Beißattacken gab und dem wollte man so ein bisschen Herr werden. Und es gab halt damals irgendwie gar keine richtigen Vorschriften. Niedersachsen hat jetzt auch keine Listenhunde oder keine Hunde, die als Kampfhunde geführt werden. Und damit hatte man nicht so richtig irgendwie eine Handhabe. Und damit wurde dann vor jetzt mittlerweile über zehn Jahren der Hundeführerschein eingeführt. Zum ersten Juli 2013 in Niedersachsen. Ist aber nicht überall Pflicht, ne? Richtig. Also ich habe gelesen, dass es entsprechende Regelungen wohl auch noch in Berlin, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein und Thüringen gibt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist und ob inzwischen noch ein anderes Bundesland hinzugekommen ist. Oder ob da ein anderes Bundesland noch was plant in die Richtung. Oh, ob was geplant ist, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Das ist schon noch aktuell. Trotzdem von Bundesland zu Bundesland ist das dann immer noch individuell. Und selbst Niedersachsen ist sich ja nicht ganz einig. Aber da können wir ja gleich mal genauer darauf zu sprechen kommen. Wer muss denn überhaupt eigentlich einen Hundeführerschein machen? Fangen wir doch damit mal an. Also einen Hundeführerschein müssen eigentlich alle Hundebesitzer machen. Außer du hast in den letzten zehn Jahren zwei Jahre durchgängig einen Hund geführt auf deinen Namen. Also du warst mit deinem Hund zusammen angemeldet sozusagen. Nur dann. Dann sind noch ausgenommen Tierärzte und Jäger und das war's. Was ist, wenn ich in der Familie bin, wo es einen Hund gibt? Ja, das ist eine schöne Grauschwelle, um ehrlich zu sein. Also es ist ja, sagen wir mal, Frau Müller hat sich mit Bruno eben angemeldet, ist eben bei der Stadt registriert und Frau Müller muss auch Steuern zahlen. Da muss Frau Müller auch den Hundeführerschein nachweisen. Jetzt geht aber ja vielleicht Herr Müller und Kinder Müller auch mal mit dem Hund. Und ja, solange die in einem Haushalt wohnen, ist es toleriert, wird aber nicht gerne gesehen. Aber eigentlich hat ja der Hund den Hundeführerschein bestanden. Eigentlich geht es aber auch nur für die Person, die den Hundeführerschein mit dem Hund gemacht hat. Also es ist so ein bisschen schwammig, so wie aber die Person aussieht von zu Hause. Das heißt, wenn die Kinder Müller jetzt in eine WG ziehen und dann immer noch regelmäßig mit dem Hund gehen, dann müssen sie aber den Hundeführerschein machen, weil dann haben sie nicht mehr denselben Wohnsitz. Ist kompliziert, um ehrlich zu sein. Klingt auf jeden Fall so und klingt eben typisch deutsch. Ja, ist so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ja gar nicht schlecht, weil vielleicht der Bruno ja auch noch mit zig Leuten spazieren geht. Und das kann man damit ja vielleicht schon nochmal ein bisschen eingrenzen und dann halt auch eingrenzen, dass man da nochmal ein bisschen genauer drauf guckt. Den Grundgedanken finde ich ganz gut. Das sage ich auch immer wieder, dass ich diesen Grundgedanken des Hundeführerscheins wirklich gut finde. Ich finde halt die Umsetzung noch nicht so ganz optimal. Ich finde, es sollte für viel mehr Dinge Führerscheine geben. Social Media zum Beispiel. Zum Beispiel. Mir fallen auch viele Dinge ein, wo es sowas gibt. Aber ich meine, es ist ja ein guter Start. Jetzt muss man sagen, Start ist natürlich relativ. Über zehn Jahre ist das jetzt schon und es ist trotzdem noch nicht einheitlich geregelt. Und halt viele Grauzonen. Und halt viele Grauzonen, genau. Was ist denn, wenn ich früher mal einen Hund hatte in meiner Familie und dann greift wahrscheinlich diese Zehnjahresregelung. Dann brauche ich auch, wenn ich, keine Ahnung, in meiner Kindheit immer mit Hund aufgewachsen bin, alles kenne, muss ich dann trotzdem, weil die zehn Jahre vorbei sind, einen Hundeführerschein nachweisen. Richtig. Und wenn du in einer Familie gewohnt hast, wo der Hund mit dabei war, ist aber der Hund ja nicht auf deinen Namen gelaufen. Sehr wahrscheinlich ist ja der Hund auf den Namen deiner Eltern gelaufen. Wahrscheinlich, ja. So ist das ja bei dir meist. Und damit fällst du komplett raus. Also musst du den Hundeführerschein machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit Daska, du müsstest 100 Prozent einen Hundeführerschein machen. Weil Daska ist ja nicht auf deinen Namen. Nee. Du lebst mit Daska nicht mehr zusammen. Damit fällt schon mal alles raus. Tja. Tja. Muss ich dann wohl büffeln wieder, was? Dann musst du büffeln. Und dann kommst du zu mir. Tja. Ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht lieber woanders machen würde. Ich würde es, wenn ich es machen würde, würde ich es natürlich bei Lisa machen. Aber ich weiß auch, dass Lisa wahrscheinlich super streng sein mit mir würde. Nee. Nee? Die Ina macht das ja bei uns. Ach ja, Ina macht das ja. Ina kennt ihr ja. Genau. Unsere Tierärztin. Genau. Aus einer der letzten Folgen mit der Blutspende. Genau. Und ich als Hundeschule ist ein zugelassenes, zertifiziertes Testzentrum für Hundeführerschein. Ich dürfte die Theorie abnehmen. Ina auch. Und Ina darf aber, stand jetzt, Konstellation in unserer Hundeschule, nur die praktischen Prüfungen abnehmen. Wenn ich sie abnehmen wollen würde, müsste ich eine separate Fortbildung, Weiterbildung, wie auch immer, dafür machen. Ich habe mich da aktuell gegen entschieden, weil ich alle meine Kunden persönlich kenne. Naja, und denen dann eine Prüfung abnehmen. Ich glaube, entweder bin ich zu streng. Ja, das glaube ich eben. Weil ich weiß, die können das alles. Und wenn das an dem Tag nicht klappt, denke ich mir, warum klappt das jetzt nicht? Oder ich bin zu nett. Deswegen habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich ganz gut, wenn da wer extern ist, nochmal ein Auge drauf hat. Und Ina da sehr fair, aber auch sehr genau ist und dann halt schon sagen kann, zu Recht, dass du den bestanden hast oder eben auch, das ist nicht gut. An wen muss ich denn mich wenden? Beziehungsweise, wie werde ich überhaupt darauf aufmerksam gemacht? Wird das schon, wenn du den Hund anmeldest, wird dir gesagt, hey, sie brauchen den Nachweis? Ja, also wir fangen mal vorne an. Also du musst eigentlich den Theorienachweis, also diesen schriftlichen Test, den musst du vor Hundekauf sogar machen. Und mit Anmeldung des Hundes musst du diesen Theorienachweis eigentlich vorlegen. Okay. Genau, das machen natürlich irgendwie viele nicht, weil sie es auch nicht wissen. Und dann sollte man sagen, spätestens vier Wochen danach sollte man den mal vorlegen und sonst schreibt die Stadt eben an. Oder die Behörde, die eben zuständig ist, die würde irgendwann mal fragen, hallo, wo ist denn das? Wir geben dir jetzt vier Wochen Zeit, das zu machen. Dann sollte man mal in die Puschen kommen, das zu machen. Und sonst, wo kann man es machen? Man kann es bei Tierärzten machen. Man kann es in Hundeschulen machen oder in Testzentren, die das eben anbieten. Manche Vereine bieten das noch an. Ganz wichtig, es muss ein zugelassenes Testzentrum sein, was wirklich den Theorienachweis und auch die praktische Prüfung machen darf und kann. Wie umfangreich ist denn die Theorie? Weil ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor wie damals in der Fahrschule. Du gehst zum Theorieunterricht mit deinen Freundinnen und Freunden. Ihr sitzt da zusammen und habt einen Fragebogen. Und dann hat man ja immer früher, bevor die Fahrschule angefangen hat, die Theorie, hat man ja immer diese Fragebögen nochmal zur Testweise ausgefüllt. Mittlerweile ist ja, glaube ich, eh eigentlich alles elektronisch, also auf jeden Fall die Prüfung. Aber gibst du dann auch so richtig Theorieunterricht? Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich früher mal gemacht. Das hat sich irgendwie nie gar nicht so als notwendig herausgestellt. Wir geben Bücherempfehlungen raus und dann passt das in der Regel auch. Die Leute lesen sich ein. Also ich muss zugeben, die, die jetzt bei mir das machen, die haben schon Hundeahnung. Also da ist, ich würde jetzt mal sagen, zu 99 Prozent niemand dabei, wo man so denkt, ach du ahnst es nicht. Du weißt ja nicht mehr, dass ein Hund vier Pfoten hat. Also trotz all dem empfehlen wir immer das Buch, immer einmal im Internet ein bisschen nachzulesen. Das kann man eben gut nachlesen. Und dann ist das bei uns über ein Tablet. Das heißt, es gibt einmal, man kann das in schriftlicher Form machen. Das haben wir ganz früher gemacht. Mittlerweile machen wir es über das Tablet. Und dann gibt es Multi-Pleet-Choice und Single-Choice-Antworten. Und ja, da sind dann 35 Fragen. Ach 35, da wollte ich noch fragen. Und zu jedem Themenbereich. Hast du was mitgebracht? Genau, ich habe mir natürlich die Themenbereiche nochmal einmal aufgeschrieben, bevor ich hier irgendwas vergesse. Also Sozialverhalten, Kommunikation, Lerntheorie, Erziehung, Ausbildung, Angst und Aggression, Haltung und Pflege, Rassenkenntnis, Ernährung, Gesundheit und Fortpflanzung, Hundegesetz und Recht. Also es wird wirklich zu jedem Thema, gibt es da ein paar Fragen. Ist schon umfangreich. Ist schon umfangreich. Aber ich habe den Test damals auch gemacht. Ich hätte den nicht machen müssen. Ich habe den aber gemacht, weil ich finde, man muss schon mal als gutes Vorbild vorgehen. Und ich wollte es irgendwie auch machen, um zu wissen, wie es so ist. Ich habe das damals... Wovon du auch erzählst. Ja, ja, genau. Und ich weiß noch. Also ich habe bestanden. Wuhu, Lisa bestanden. Ich habe einen Hundeführerschein mit Nala. Aber ich habe tatsächlich eine Frage nicht richtig beantwortet. Ich glaube, ich habe sogar zwei Fragen nicht richtig beantwortet. Aber eine ist tatsächlich richtig lustig gewesen. In welchem Auto darf der Hund nicht transportiert werden? Ich dachte mir, hä? Was ist das denn? In einem Jeep, in einem Kombi, noch irgendwas oder in einer Limousine? Ja. Ja, in einer Limousine wahrscheinlich. Genau, das wäre die richtige Antwort gewesen. Du hast Jeep genommen. Nee, da war die Alternative immer nur... Ach, keine Ahnung, da stand irgendwie sowas wie immer nur in einer Box oder so. Ja, okay. Und ich dachte, okay, dann wollen die vielleicht das hören. Aber das ist ja auch Quatsch. Man kann seinen Hund ja auch anschnallen. Aber okay, dann wollen die das hören. Nee, es war natürlich Limousine, richtig. Da musst du aber auch wissen, was eine Limousine ist. Dass das ein Kofferraum ist. Du hast dir die Partylimousine vorgestellt, oder? Mit Zäckchen. Nein, wirklich, Leute, ich habe mir die nicht vorgestellt, aber ich konnte mir einfach unter dem Begriff Limousine wirklich nichts vorstellen, dass das sozusagen dieser Kofferraum so abgeschlossen ist. Keine Ahnung, ey. Ich und Autos. Das ist mir doch scheißegal. Da bin ich erstmal schön durch diese Frage gerasselt. War ich jetzt egal? Das nehme ich immer als schönes Beispiel, zu sagen, also da kommen auch echt ein paar Fragen drin vor, wo du so denkst, klar, das muss mit Hund zu tun, weil deinem Hund nicht in einen abgeschlossenen Kofferraum unterbringen muss. Aber dafür musst du ja auch erstmal diese scheiß Autos kennen. Oh Gott, ich habe jetzt Bilder im Kopf, wie so Hunde in so einer Limousine sitzen und Party machen. Nala hängt ihren Kopf so raus und die Zunge schlabbert so auf so einer Partylimousine und hört dabei so Ascher. Yeah, yeah. Mit so einer Goldkette. Wobei, ey, gab es nicht hier die ... Der Tiger fährt übrigens. Die Limousine. Und die Hühner sitzen hinten drin und wackeln so. Ja, hier Beverly Hills Chihuahuas oder sowas. Gibt es doch so einen Film. Ich glaube, die könnten da drin sitzen auf jeden Fall. Okay. Nee, also das kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Namen gerade richtig gesagt habe, aber ich meine, in diese Richtung gibt es auf jeden Fall irgendwas. Kannst du dazu nicht mal bei Insta so ein lustiges Foto zurecht machen, wie Nala in so einer Limousine fährt? Das würden sicherlich alle gerne sehen. Ja? Ja. Okay. Habe ich jetzt als Arbeitsauftrag verstanden. Aber mit so einer Goldkette. Ja. Ja, so. Da bin ich damals durch diese Frage gerasselt, wo ich echt dachte, boah, also ... Aber das sind halt so Fragen, die können euch eben begegnen. Das sind so die banalsten Fragen. Wie lang ist ein Hund läufig? Also eine Hündin, wie lang ist die läufig? Ist ein Stachelhalsband überhaupt noch erlaubt in der Hundeerziehung? Wann ist denn so der Milchzahnwechsel bei Hunden ungefähr? Was kann denn noch sein? Ist das Kopieren einer Rute, also das Abschneiden einer Rute, ist das noch in Ordnung? Darf man das noch? Also wirklich so bunt gefächert. Und es ist egal, ob du einen Rüden oder ein Mädel hast. Wenn du jetzt einen Rüden hast, kannst du ja sagen, naja, was interessiert mich denn, wie lang eine Hündin läufig ist? Was interessiert mich denn, wie lange die trächtig ist? Ja, das kann ich verstehen. Sollte man aber schon wissen. Sollte man halt aber schon wissen. Also das ist halt einfach allgemeines Hundewissen. Das geht ja nicht in die Tiefe. Es geht ja nicht um irgendeine Neurotransmitter-Ausschüttung, wo man so denkt, das muss jetzt kein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch wissen. Es geht halt eher so um diese ganz normalen Sachen. Das finde ich nicht schlecht. Es ist einfach dieses, sich mal um dieses Hundethema wirklich mehr Gedanken machen als nur bis zum Tellerrand. Klingt definitiv nicht falsch, das einmal vorher zu schauen. Und das ist ja genau der Sinn. Vorher einmal, bevor du dir den Hund anschaffst oder wenn du dir angeschafft hast, dann unmittelbar danach, dass du vielleicht dieses Buch dir nimmst, es einmal durchliest. Alles ist gut. Da würde niemand durchfallen. Und das ist ja der Sinn. Einfach nur mal so ein bisschen Fokus. Ist das ein spezielles Buch für Hundeführerschein in Niedersachsen? Ja, genau. Wir können ja den Link vielleicht unten reinsetzen. Das machen wir. Setzen wir in die Shownotes. Also das ist zumindest das Buch, was ich persönlich in der Hundeschule und also was Ina und ich sozusagen empfehlen, womit ihr euch gut vorbereiten könnt. Das machen wir, findet ihr dann auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine oder sogar zwei Fragen falsch beantwortet. In der Theorie, wie viel darf ich denn falsch beantworten? Insgesamt musst du 80 Prozent korrekt haben. Es kommt aber auch so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich du durchfällst. Okay. Also du kannst jetzt zum Beispiel in fünf Bereichen 100 Prozent haben, aber hast du in einem Bereich nur 40 Prozent, fällst du auch durch. Ah, okay. So streng ist das. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass die Gesamtheit zählt. Nee, insgesamt 80 Prozent, aber wenn du in einem Bereich so wirklich exorbitant schlecht bist, dann fällst du da auch durch. Und ist okay. Also 50 Prozent sollte man ja schon mal wenigstens haben. Ich glaube, es sind sogar 60 Prozent oder hier so 58, irgendwas Prozent, aber mhm. Wo gehe ich denn dann hin, wenn ich die Prüfung schreiben möchte? Ja, zum Tierarzt, zur Hundeschule, zum Testzentrum oder Verein, der es anbietet. Und dann die Tablet-Nummer, die du gesagt hast, ne? Genau. Also bei uns ist es halt so, die Leute fragen dann, hey, wir würden gerne den Hundeführerschein machen, alles klar. Dann machen wir einen Termin aus und dann, wie gesagt, bei uns in der Hundeschule ist es jetzt so, ich kann ja immer nur für mich sprechen, trifft sich Ina. Die Fragen werden am Tablet beantwortet und dann hat man auch direkt danach eine Rückmeldung, ob man bestanden hat oder nicht. So wie beim Führerschein eigentlich auch. Ja, genau. Und dann drucken wir das aus und dann wird es abgestempelt offiziell, Hundeschulstempel, das muss eben offiziell sein. Deswegen ist dieser Hundeschulstempel so wichtig, weil diese Hundeschule sozusagen als Testzentrum offiziell anerkannt ist. Das muss eben auch so sein, weil sonst nutzt dir das halt nix. Dann unterschreibt Ina da einmal und daneben ist dann noch ein Stempelfeld frei für die praktische Prüfung. Und wenn du dann die praktische Prüfung machst, wird das Stempelfeld abgestempelt, Unterschrift und dann fertig. Dann lass uns doch mal mit der praktischen weiter. Wir haben ganz viel gelernt, wir haben diese theoretische Prüfung hinter uns gebracht, haben mit 100 Prozent bestanden. Wow, Streber. Ja, das sind doch nur Streber, alle. Hoffentlich nicht. Nein. Nein, aber alle kennen sich super mit ihren Hunden vor allen Dingen aus. Wie läuft es denn dann weiter? Gibt es dann Trainingseinheiten oder wird man kalt in eine praktische Prüfung geschmissen? Ins kalte Wasser sozusagen. Also erstmal muss der Hund ein Jahr alt sein, erst dann kann man die praktische Prüfung machen. Ach krass, da ist so viel Zeitraum inzwischen. Ja, das ist auch richtig so. Du musst doch erstmal lernen, du musst doch deinen Hund auch erstmal kennenlernen. Ich habe ja noch nie eine gemacht, ich weiß das ja gar nicht. Ich bin ja genauso blind wie vielleicht die einen oder anderen hier gerade. Muss ein Jahr alt sein. Okay. Und dann kannst du diese praktische Prüfung in Angriff nehmen. Natürlich kann man da ohne Training mitmachen. Du meldest dich ja einfach für eine Prüfung an und wenn das jetzt neue Kunden sind und die sagen, sie möchten sich anmelden und dann frage ich schon einmal, hey braucht ihr vorher noch einmal Unterstützung, sollen wir nochmal drauf gucken. Wenn die sagen, nee, nee, alles gut, klar, dann schlittern die im Zweifel unvorbereitet da rein. Aber das ist ja dann deren Entscheidung, sag ich mal. Natürlich. Für die Hundeschulkunden kann ich sagen, die sind alle vorbereitet. Und ich mache keinen separaten Hundeführerschein-Kurs, obwohl ich den vielleicht auch nochmal machen werde für so Kunden, die was älter sind, die nicht von Junghunde an bei mir sind oder ab Welpen an. Also die kriegen keinen separaten Kurs. Die haben das alles ganz normal im Junghundekurs. Und ich sage auch erst, ihr könnt den Führerschein machen, wenn ich wirklich ein gutes Gefühl habe. Es gibt Hunde, die sind vielleicht schon eins, da sage ich schon nochmal, naja, wir warten vielleicht nochmal einen Monat, ne, einfach nochmal, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Oder es gibt Hunde, wo ich sage, ja, natürlich könnt ihr das machen, da haben wir überhaupt gar keine Sorgen. Was muss der Hund denn können? Also er muss jetzt nicht nur Sitz und Platz können. Das ist sogar eigentlich, wenn man ehrlich ist, relativ egal. Was eben ganz wichtig ist, dass du erstmal alles mit hast. Also dein Ausweis, du hast den Haftpflichtnachweis deines Hundes dabei und du hast die Chipnummer, also am besten den Impfpass des Hundes mit. Damit auch einmal geguckt werden kann, sind alle Impfungen, also sind alle da, was man eigentlich so haben sollte. Ist die Chipnummer da, dann liest der Prüfer einmal den Chip aus am Hund. Das heißt, der kommt einmal mit so einem Chip-Lesegerät hinten, so am Hals, Nacken, Schulter und liest einmal aus. Das heißt, das ist schon die erste Übung, der Hund muss sitzen bleiben können, obwohl wer Fremdes mit so einem Gerät kommt. Und es ist völlig okay, wenn der Hund aufsteht, aber wer sollte jetzt den Prüfer nicht anfallen und nicht schnappen und all das. Also die meisten werden jetzt lachen, ja, aber es gibt eben auch Hunde, die haben da wirklich ein Problem mit. Natürlich wird das nicht von oben gemacht, denn die Prüfer sind ja auch geschult, aber die kommen halt dicht ran. Und das, obwohl die sich ja im Zweifel nicht so gut kennen. Dann wird dieser Chip ausgelesen, alles klar, dann werden erstmal sozusagen alle Personalien abgecheckt. Da in der Zeit wird schon einmal gucken, was macht der Hund denn, wenn hier eigentlich mal fünf Minuten nichts passiert? Bellt der die ganze Zeit oder ist der einfach ruhig? Was macht der Besitzer? Kümmert der sich in der Zeit noch um seinen Hund oder ist einfach so völlig der Hund abgemeldet und macht, was er will? Also einfach so ein bisschen zu gucken, hast du deinen Hund im Blick? Und genau das ist es, hast du deinen Hund im Blick? Der Hund muss nicht perfekt sitzen und wie eine Eins, wie eine Statue da stehen. Überhaupt nicht. Es geht darum, kannst du deinen Hund lesen, kannst du ihm Hilfestellung anbieten, wenn er gerade welche braucht, was auch immer. Und dann geht es eigentlich los. Wir machen das so. Ich weiß ja immer nicht genau, wie das andere machen, deswegen kann ich natürlich nur immer aus meiner Perspektive erzählen. Wir gehen dann durch ein Waldgebiet und dann ist ganz wichtig, wenn euer Hund ein Häufchen macht, dann sammelt diesen Haufen ein. Da sind wir nochmal beim Kacki-Thema. Das ist wichtig, ja. Zu Recht ist es wichtig, sonst kriegen wir auch noch DNA-Überprüfung. So ist das. Nee, das ist schon echt wichtig, da wird auch schon drauf geachtet. Dann geht man einfach an der Leine, gerne auch mit Schleppleine, auch das, was die Prüfer eben sehen wollen. Und dann kommt es drauf an, wie reagiert der Hund auf andere Hunde, wie reagiert der Hund auf Menschen, auf Menschen mit vielleicht Rollstuhlen, Joggern, Kinderwagen. Wir gehen immer an einem Kinderspielplatz vorbei, um einmal zu gucken, was macht der Hund denn da. Wir gehen immer an so einem Ententeich vorbei, um zu gucken, was macht der Hund denn, wenn da vielleicht Vögel, Enten oder sowas sind. Und dann gibt es halt immer mal so ganz kurze, setz mal deinen Hund kurz hin, schick ihn mal kurz ins Bleib. Oh, jetzt kannst du ihn abrufen. So was, das muss alles nicht sofort pronto, pronto klappen. Darum geht es gar nicht, es geht eher um dieses, ah, dein Hund setzt sich nicht hin, was machst du dann jetzt? Also wie reagierst du da drauf? Bist du fair deinem Hund gegenüber? Wie belohnst du deinen Hund? Einfach um so ein bisschen, ja, das zwischen dir und deinem Hund zu beobachten. Und kannst du deinen Hund lesen? Hast du das im Griff? Das ist ja auch eben mein Hundeführerschein in dem Fall und ja nicht der Hundebesitzer-Führerschein für den Hund. Ja, ja, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und dann, wenn sozusagen weit abgehakt ist, wenn man da so eine Runde, ich nenne es mal, eigentlich kann man es fast ansehen als einen normalen Spaziergang, wenn alles gut läuft. Wenn natürlich Auffälligkeiten sind, dann ist da schon, dass man an einer Stelle natürlich mal ein bisschen deutlicher nachfragt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Hund versucht, an einem Kinderwagen hochzuspringen, dann würde man natürlich sagen, okay, der Hund hat jetzt hier gerade irgendwie, war der dolle aufgeregt. Ist das denn immer so? Ja, ist immer so. Was machst du denn da? Ja, nix. Oder der Hund reißt sich los und geht da auf einen anderen Hund drauf. Sowas. Sowas will einfach überprüft werden. Aber dass du zum Beispiel deinen Hund, wenn ein Kinderwagen kommt, auf die abgewandte Seite holst. Einfach um Sicherheit zu bieten. Ah, das ist das, was gesehen werden will. Dann wird da auch nicht weiter nachgefragt. Weil wenn du das automatisch machst, kommt dann Haken auf die Liste und fertig ist. Du lachst. Es ist ein super ernstes Thema natürlich, aber ich muss die ganze Zeit an Naders Fetisch denken. Oh Gott, ja, die wäre durchgefallen. Nochmal zusammengefasst, Nala ist durch die Einriede, also Stadtpark in Hannover gerannt. Und Nala hat es ja leider so ein bisschen mit kleinen Babys und Quietscheenten. Auf jeden Fall war das keine Quietscheenten. Nee, was waren das? Das war, glaube ich, einfach ein Spielzeug. Ball, irgendwas. Naja, dieses Baby hatte irgendwas in der Hand. Nala ist da ganz freudestrahlend hingelaufen. Diese ganzen nett gemeinten Muttis standen da rum und haben gequatscht. Und Nala ist da hin, hat das Baby angeleckt und hat das, was das Baby in der Hand hatte, weggenommen. Ja, und hat es mir, das ist das allerpeiligste, stolz präsentiert. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott. Du bist in Grund und Boden. Ich bin wirklich in Grund und Boden. Hab dann natürlich, ja super, Nala hast du mir toll gebracht, ganz wunderbar. Hab sie belohnt, weil was willst du machen? Das macht ja nicht wirklich was falsch. Also klar, dahingehend, aber das hätte ich ja viel eher unterbinden müssen. Und dann hab ich mit ihr getauscht und hab das zurückgewonnen und hab mich natürlich 10.000 Mal entschuldigt. Und das war eine ganz nette Mutti, muss man ehrlich sagen. Die war super entspannt und hat eigentlich nur gelacht und fand das überhaupt nicht schlimm. Und war eigentlich eher positiv überrascht, dass dieser Hund so nett war. Und ich dachte mir, naja, also, ja, ist toll, dass du das siehst. Ich hätte verstanden, wenn da jemand gestanden hätte und gesagt hätte, das geht gar nicht. Und die spinnen wohl und so, das hätte ich wohl auch verstanden. Wäre natürlich auch ein bisschen dolle gewesen, aber mir war es schon hart unangenehm, ja. Aber auch das, wenn sowas passiert, ne. Dass es jetzt passiert, weil Nala halt auch ohne Leine gelaufen ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und ich parallel am Handy gedaddelt habe, also wirklich all das, was man nicht macht, bin ich echt nicht mit gutem Vorbild vorangegangen. Habe sie nicht im Blick gehabt und naja, dann ist das halt passiert. Wenn das passieren sollte in der Prüfung, da geht ihr A nicht mit Handy. Habt ihr euren Hund im Blick, der ist an der Leine. Dann wäre genau das, ne. Also euch entschuldigen, hingehen und so weiter. Also das machen, was man eigentlich normalerweise macht. Soll ich das ersetzen, ist da irgendwas zu Schaden gekommen? Man will einfach sehen, dass ihr umsichtig seid. Fehler können passieren, das ist normal. Also niemand ist in so einer Prüfung fehlerfrei. Das ist Quatsch. Das muss man sich auch gar nicht allzu Stress machen. Jetzt hast du gesagt, es wird ja auch geguckt, wie der Hund auf andere Hunde reagiert. Ist ja, glaube ich, ein Dauerbrenner-Thema. Auch unter Fragen, die wir reinbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Punkt echt vielen Angst macht, weil halt eben vielleicht der Hund laut aufbellt, wenn er andere Hunde sieht oder irgendwie an der Leine mehr zieht und so weiter. Da ist vielleicht der Spielplatz das kleinste Problem. Wahrscheinlich schon, ja. Also wir kommen ja Hunde auf so einen Spaziergang entgegen, was dann eben wichtig ist. Du lässt den Hund nicht zum anderen Hund, ungefragt, an der Leine, im Zweifel schon gar nicht. Du stellst dich schützend davor oder sagst, hey, ich muss meinen Hund hinsetzen, damit ich ihn ausbremse. Der ist sonst zu wilder. Ja, okay, alles klar. Es ist doch in Ordnung, dass dein Hund wild ist. Und es wäre auch in Ordnung, wenn dein Hund bellt. Man will eben sehen, dass du dann aber nicht sagst, ach ja, aber der darf da jetzt trotzdem hin. Der reißt sich los und rennt da einfach hin. Oder der will nur mal schnell Hallo sagen. Ja, das sind all das, das man eben nicht sehen will. Aber dass dein Hund aufgeregt ist, wenn er einen anderen Hund sieht, ist das per se nicht schlimm. Kann sein, dass die Prüferin dann sagt, wäre schon schön, wenn du da nochmal ein bisschen dran arbeitest. Das ist noch nicht ganz 100 Prozent und optimal. Aber deswegen fällt man nicht durch. Wenn dein Hund aber wirklich an der Leine pöbelt bis ins Unendliche und du ihn nicht korrigiert bekommst und er dann vielleicht sogar noch anfängt, will zu schnappen und so, dann wird es natürlich irgendwann eine andere Hausnummer. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil dann würde ich zumindest sagen, für die Prüfung nicht geeignet. Da muss man viel eher arbeiten. Gibt es denn, ich glaube, um beim Auto zu bleiben, beim Autoführerschein gibt es ja so oft solche, ich nenne es mal Standarddinge, weswegen man durchfällt. Gibt es das beim Hundeführerschein auch, dass es so irgendwelche besonderen Situationen gibt, wo Hundehalter oder die Hundmensch Kombi anfälliger ist vielleicht? Ja, gibt es schon und zwar bei diesen typischen Hallo-Sag-Situationen. Also es kann auch schon mal sein, dass die Prüfer sagen, stell dich mal hin, frag mal die nächsten Menschen nach dem Weg oder nach der Uhrzeit und dann springt der Hund dem Mensch an. Mhm. So was, ne? Und dann wäre das vielleicht auch noch gar nicht so dramatisch, wenn der Mensch dann reagiert, aber wenn er dann nicht reagiert und dann einfach sagt, ah, das macht der immer so, hm, und das so durchgehen lässt. Und das nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal und dann wirklich sich so diese in einem bestimmten kleinen Fehlerchen, die man eigentlich ja schnell beheben kann oder wo man sagt, hm, scheiße passiert, aber ich, ne, ich ändere das. Wenn das regelmäßiger passiert und häufig immer wieder, immer wieder, dann ist es ein Punkt, wo man sagt, das ist einfach nicht umsichtig genug. Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du im Prinzip keine extra Kurse dafür hast, sondern dass man bei dir eigentlich alles im Welpenkurs oder in den Aufbaukursen darauf lernt. Was sollte ich denn aber explizit trainieren? Du hast gesagt, das ist nicht Sitz und Platz, aber der Hund muss ja irgendwas können. Der kann ja nicht einfach ein Jahr lang nicht beachtet werden. Also der Hund sollte den ganz normalen Alltag gut meistern können. Und das haben wir eben auch noch nicht gesagt. Es wird nicht nur Wald abgeprüft, es wird auch Stadt abgeprüft. Also wir sind an einem Ort, wo man Wald hat und gleichzeitig auch Stadt. Das heißt, man geht über Straßen, man guckt einmal an, wie der Hund sich verhält, wenn Verkehr da ist, so ein bisschen, ja, eben Stadtleben hat. Das hat man im Dorf ja auch mal eine Straße mit einer Ampel. Das soll da einmal überprüft werden. Und das ist das. Also der Hund muss eben wirklich alltagstauglich sein. Was macht er, wenn ein Kinderwagen kommt? Was macht er, wenn ein Jogger kommt? Was macht er, wenn ein anderer Hund kommt? Da nutzt der ja einen Sitz und Platz im Zweifel nichts. Was machst du, wenn dein Hund doch was macht? Wie reagierst du? Was sagst du deinem Hund, dass er nicht über eine rote Ampel laufen soll? Was ist, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, da gerade ein Taschentuch auf dem Boden findet und das frisst? Was machst du dann? Das sind so diese alltäglichen Dinge. Also wenn du deinen Alltag mit Hund gut meistern kannst, dann ist in der Regel alles in Ordnung. Dein Hund sollte sich von anderen Menschen bedingt anfassen lassen, also zumindest so, dass der Prüfer rankommt, dass es jetzt hier nicht so völlig panisch ist. Aber dein Hund darf aufgeregt sein und du darfst auch aufgeregt sein. Okay. Jetzt sind wir diese Prüfung, diesen Spaziergang durchgegangen. Ich sag mal so, unser imaginärer Hund, der hat sich ganz gut geschlagen. Wir haben uns auch ganz gut geschlagen in dem Fall, haben in jeder Situation vernünftig reagiert. Vielleicht nicht immer mit der erstbesten Möglichkeit, aber wir haben vernünftig reagiert. Wie läuft denn dann das Ende ab und wie lange dauert so eine Prüfung im Prinzip überhaupt? Die Prüfung dauert so circa, es kommt so ein bisschen darauf an, aber man kann mal so 60 Minuten einplanen. Dann nimmt sich der Prüfer meist ein paar Minuten Zeit, um seine Notizen da einmal zu verarbeiten. Ich meine, man hat ja ein Gefühl und der Prüfer weiß natürlich schon längst, durchgefallen oder nicht durchgefallen. Bei durchgefallen kann es auch sein, dass die Prüfung wirklich abgebrochen wird. Kann auch sein, dass die Prüfer das bis zum Ende durchziehen und man echt nicht so richtig weiß, woran man ist. Einfach auch um zu gucken, passiert da noch mehr? Ja, und dann kann es eben sein, ja, du bist durchgefallen, weil diese Situation, die war nicht gut und deswegen geht es nicht. Der Rest war aber in Ordnung, das wäre ja auch schon mal ein gutes Feedback. Klar, aber es gibt auch Prüfer, die sagen, stopp, hier ist jetzt vorbei. Das geht so nicht. Das gibt es auch. Genau, dann würde sich der Prüfer zurückziehen, würde da einmal kurz gucken, alles klar. Und dann gäbe es einen Stempel. Tja, und dann hat man eben diese Urkunde. Ja. Die wird dem Hundehalter ausgehändigt und der schickt dann diese Urkunde zur Stadt, zur Gemeinde, wo auch immer hin, zur entsprechenden Behörde und sagt, hier, ich habe das jetzt fertig, bitte zu den Akten und damit ist das dann auch erledigt. Okay. Wenn ich jetzt durchgefallen bin, muss ich irgendwelche, ich nenne es mal Fristen beachten, in welchem Rahmen ich wieder mich prüfen lasse oder in welchem Rahmen ich mich wieder prüfen lassen darf? Nö, leider nicht. Du kannst es unendlich oft wiederholen. Unendlich wiederholen? Okay. Das sind eben so Punkte, wo man sagt, naja, wenn ich das zehnmal machen muss und da keinerlei Konsequenz draus resultiert, dann ist die Idee des Hundeführerscheins sicherlich sehr, sehr gut, aber nach zehnmal weiß ich nicht, ob das dann noch so zielführend ist. Mmh. Und die Gebühren musst du natürlich immer wieder zahlen, das ist das, was am meisten schmerzt. Jetzt hattest du ganz am Anfang vorhin angesprochen, dass es selbst in Niedersachsen Unterschiede gibt. Ja. Was meinst du denn damit? Ja, es gibt zugelassene Tests, die die Behörde anerkennt und davon gibt es leider nicht nur einen. Und genau das ist das Problem. Also wir haben nicht nur einen Hundeführerschein in Niedersachsen, sondern man kann verschiedene, wie nennt man es denn, verschiedene Testvarianten. Oder verschiedene Möglichkeiten machen, den Test abzulegen. Also es gibt einmal den niedersächsischen Hundeführerschein, das ist so der eine Bekannte und der andere Bekannte ist der DOC 2.0 Test. Okay. Das sind so die zwei bekanntesten. Dann gibt es noch ein, zwei andere, aber das sind so die zwei bekanntesten. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Prüfungen mit zwei unterschiedlichen Namen, die grob denselben Inhalt haben und beide sind in Niedersachsen zugelassen. Und welchen macht ihr? Wir machen den DOC 2.0 Test. Einfach, weil wir ihn machen. Nein, weil Ina die Fortbildung da hat. Habt ihr euch für entschieden. Genau, haben wir uns für entschieden. Und ich muss zugeben, für mich hat das einen ganz, ganz, ganz wichtigen und eigentlich überhaupt nicht zu diskutierenden Punkt, was dafür spricht. Bei dem DOC 2.0 Test musst du den Hundeführerschein mit deinem eigenen Hund machen. Jetzt denkst du dir, hey, wie denn sonst? Ja, beim Niedersächsischen Hundeführerschein kannst du dir einen anderen Hund nehmen. Das heißt, du möchtest jetzt mit deinem neuen Hund Bruno den Hundeführerschein machen. Beim DOC 2.0 Test musst du den auch mit deinem eigenen Hund machen, was ja durchaus Sinn macht. Beim Niedersächsischen Hundeführerschein hingegen kannst du dir Nala ausleiten. Okay, gut, ja. Weil es ja, die Begründung ist, es geht ja um den Menschen. Und das ist natürlich richtig, keine Frage. Wir bewerten ja nicht wirklich diesen Hund, das Verhalten dieses Hundes. Man bewertet ja nun schon wirklich, wie reagiert der Mensch da drauf? Was macht der Mensch damit, mit diesem Verhalten? Das sehe ich ein. Also das ist das Allerwichtigste. Und trotzdem finde ich, sollte es schon mit dem eigenen Hund. Das ist meine ganz eigene Meinung dazu. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar, weil am Ende, also ich stelle mir gerade vor, zum Beispiel, du hast eben meinen Bruno, den es noch nicht gibt, der hat eben Probleme mit anderen Hunden und der bellt vielleicht und der zieht dann auch in der Leine und der springt dann auch rum. Und ich weiß, wenn ich das mit Nala machen würde, wäre gar kein Problem, weil Nala und andere Hunde, ist ja egal. Aber ich glaube, ich würde mich selbst dann, also erstmal würde ich mich ultra schlecht fühlen, weil ich das Gefühl habe, ich würde betrügen. Machst du ja nicht, also ist ja in Ordnung, ist wirklich in Ordnung. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, schon das moralische Gefühl haben, ich würde betrügen, in einer gewissen Art und Weise zumindest. Und vor allen Dingen hilft es mir ja nicht für die Situation danach. Und schon gar nicht meinem Hund. Und vielleicht, eventuell hat der Hund ja sogar Verhaltensauffälligkeiten oder sowas, die man vielleicht in dem Moment noch gar nicht sieht oder vielleicht auch dann erst erkennt. Ja, es gibt natürlich auch da immer so Grauschwellen. Stell dir mal vor, dein Hund ist wirklich extremst verhaltensauffällig. Und du würdest diesen Hundeführerschein safe nicht bestehen. Ja. Dann ist das natürlich nicht schlecht, dass du, die das Wissen hat, mit einem anderen Hund das machen kann. Weil du hast ja das Wissen, das Problem ist wirklich dein Hund. Du musst ihn aber jetzt nachweisen. Da könnte man sagen, ja, da beißt sich irgendwie die Maus in den Schwanz, die Katze in den Schwanz, wie auch immer. Ich merke schon, das System ist einfach noch nicht ganz ausgereift. Es ist noch nicht ganz ausgereift, genau. Für und wieder. Es hat beides sein Für und wieder und es hat sicherlich beides seine Berechtigung. Wir haben uns aber, wie gesagt, für den DOC 2.0 Test und damit die Prüfung mit dem eigenen Hund entschieden. Muss ich den denn dann im Anschluss immer bei mir haben? Nein, musst du nicht. Gibt es denn irgendwelche, ich nenne es mal Ordnungsämter sozusagen, die dann mal Patrouille laufen und mal nachfragen? Ja, ja, also es gibt Ordnungsämter, das Ordnungsamt. Ja, danke. Die laufen hier in Hannover in der Allenriede stetig und immer rum. Okay, und die fragen dich dann? Im Zweifel, ja, nicht immer. Also ich weiß, wer das ist. Also ich kenne den einen Menschen und jetzt durch Zufall tatsächlich. Und ich habe den ein paar Mal in der Allenriede gesehen. Und dieser jemand ist nie zum Hund gegangen. Obwohl offensichtlich gerade mitten im Dienst dieser Spaziergang vollzogen wurde. Keine Ahnung, vielleicht war da einfach nicht Thema Hund dran. Das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube, die machen einfach Stippvisiten. Und es wird besonders auffällig, wenn natürlich Brut und Setzzeit oben drauf kommt. Dann häuft sich das schon. Und sonst dürfen die nach der Marke fragen. Also die Hunde müssen ja eigentlich eine Hundemarke mitführen. Das ist ja eine Nummer. Und diese Nummer ist ja bei der Stadt hinterlegt. Und auf dieser Nummer ist dann eben der Hundeführerschein hinterlegt. Bla, 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 bla. Und wenn du das dann nicht hast, genau. Dann gibt es ein Bußgeld wahrscheinlich, oder? Naja, also die meisten Ämter sind echt nett, muss man sagen. Die schreiben dann erstmal, uns ist aufgefallen, hier gibt es gar keinen Hundeführerschein. Das ist sicherlich ein Versäumnis. Wir bitten um Zusendung. Und das gibt ja wirklich manchmal so, hat man den gemacht und irgendwie vergessen, dahin zu schicken. Dann kann man den sofort dahin schicken und es hat sich erledigt. Dann, wenn man jetzt sagt, upsie, ja den habe ich noch nicht dann bisher immer erlebt, dass die dann sagen, ja bitte innerhalb von vier Wochen jetzt erledigen. Wenn man es dann nicht erledigt, dann kann das schon durchaus sein, dass man ein Bußgeld zahlen muss. Ja, und das steigert sich dann natürlich irgendwann. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn du den Hundeführerschein auch nach mehrmaligen Auffordern nicht nachweisen kannst und auch nicht machst, dass dir der Hund weggenommen wird. Okay, krass. Weil es einfach eine Pflicht in Niedersachsen ist. Zum Abschluss, würdest du es für sinnvoll erachten, dass es einen deutschlandweiten gibt? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist immer sinnvoll, selbe Regeln, selbe Gesetze in Deutschland zu haben. Weil warum sollten die Menschen, und ich will euch jetzt gar nicht zu nahe treten, aber in Sachsen-Anhalt es nicht machen müssen? Oder in Bayern. Warum? Sind da die Hunde anders? Ist da die Luft anders? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich will niemanden zu nahe treten. Das ist überhaupt nicht böse gegen die dort wohnenden Menschen gerichtet. Aber im Grunde ist es doch eine gute Sache zu sagen, eigentlich will man doch nur die Leute, die sich einen Hund holen, sollen sich vorbereiten, sollen diesen Test machen. Und gut ist. Klar, es ist eine Gebühr, die kommt noch oben drauf. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also wenn man sich einen Hund kauft, dann sind die paar Penunsen, fallen da jetzt nicht mehr so schwer ins Gewicht. So sehe ich das. Wer weiß, vielleicht werden wir es ja noch erleben. Dass es entweder alles abgeschafft wird, oder? Wer weiß, wer weiß. Es ist natürlich immer schwierig, dass sich alle 16 Bundesländer auf eine Prüfung einigen. Absolut. Oder sagen wir mal zwei Prüfungen vielleicht auch so wie das jetzt hier. Es muss ja vielleicht nicht wirklich eins zu eins Punkt für Punkt die exakt gleiche Prüfung sein. Aber von meinem Gefühl her denke ich auch, dass es definitiv nicht verkehrt ist, dass sich ein Hundehalter oder eine Hundehalterin im Vorfeld einfach mal wirklich konkret damit auseinandersetzt. Weil ein Hund ist eben kein Geschenk, was man einfach nur verschenkt und sich schenken lässt. Ja, ich meine, auf Insta sieht man ja regelmäßig diese Reels, wo Menschen einen Karton auspacken. Da ist so ein Hundewelbe mit einer netten Schleife. Klar, wenn das der innigste Wunsch ist, dann hat der Mensch sich aber ja vielleicht auch schon vorher mit dem Thema Hund beschäftigt. Und wenn nicht, dann ist es dann halt höchste Zeit, einmal sich mit dem Thema Hund zu beschäftigen. Und das finde ich ist doch eigentlich auch eine gute, in Anführungsstrichen Pflicht, sich damit zu beschäftigen. Hast du das ja schon gesagt. Ja, man kann das immer alles doof sehen, aber man kann ja auch das Positive daran sehen. Und die meisten eigentlich, muss man sagen, stört es nicht. Mich würde es auch nicht stören? Nee. Und ich würde mich auch, glaube ich, einfach dadurch auch selber natürlich viel, viel besser fühlen und sicherer dann. Ja, es ist halt nervig, weil man es machen muss. Es ist halt wieder so dieses, oh ja, man muss noch was machen, man muss den Hund anmelden, man muss dies, man muss das, man muss das. Hm, so, das kann ich wohl verstehen. Ich hätte eher Schiss, dass ich die zweite, also die praktische Prüfung vergesse, weil einfach zu viel Zeit ins Land gegangen ist. Ja, obwohl, also eine gute Hundeschule weist ja die Kunden schon drauf hin. Also ich habe das in meinen Junghundekursen schon im Blick, wenn die ein Jahr alt werden, dann schicke ich schon rein, so, ich weiß nicht wer von euch alles, aber ich glaube ein paar müssen jetzt diesen Hundeführerschein bald mal machen, dann sagen fast alle, oh ja, ich. Und dann, also, ja, ich glaube, das vergisst man nicht. Und ich glaube, bei den meisten ist das mittlerweile auch wirklich in den Köpfen drin, dass man diesen Hundeführerschein machen muss. Ich habe mal noch eine interessante Zahl mitgebracht, die habe ich nämlich noch rausgesucht. Seit 2013 haben 118.728 Hundehalter die Hundeführerscheinprüfung in Niedersachsen abgelegt. Mein erster Eindruck war es gar nicht so viel. Habe ich auch gedacht. Und damit verzichtet ja Niedersachsen auf diese Rassenliste und auf die Listenhunde, weil das kann man damit ja sozusagen ausgrenzen, was andere Bundesländer ja schon haben. Man darf ja offiziell nicht mehr Kampfhunde sagen. Man sagt ja, das sind Listenhunde und dann haben ja manche Bundesländer auch noch den Unterschied, du musst einen Hundeführerschein machen, wenn dein Hund zum Beispiel mindestens 20 Kilo wiegt. Wenn man den anderen, den kleinen, kann man einfach so unter den Arm packen. Genau, das kann man ja halten wie ein Dachdecker, aber deswegen finde ich es ganz gut, dass wir in Niedersachsen keine Listenhunde haben und dafür diesen Hundeführerschein. Ich glaube, das ist nachhaltiger. Die Menschen gehen damit bewusster um, weil nichtsdestotrotz kann dein Hund ja, wenn er eben so gesellschaftlich nicht so einwandfrei zu führen ist, kann er ja trotzdem Auflagen bekommen. Leinenpflicht, Maulkopfpflicht, was auch immer. Das geht ja trotzdem, das ist ja damit nicht ausgeschlossen. Und es ist aber pauschal nicht zu sagen, nur weil dein Hund auf der Liste steht, musst du pauschal schon mal einen Maulkorb tragen, weil das ist ja irgendwie eigentlich Quatsch. Aber ist dein Hund auffällig? Dann ja und dann ist es auch egal, ob es ein Labrador ist oder ob es eben ein Bullmastiff ist oder ein Rottweiler oder ein Mali. Ja, na na, ganz gefährlich. Und ja, es gibt sicherlich nicht ganz nette Malis, natürlich, aber es gibt auch nicht ganz nette Labradoren. Also das ist halt immer, das ist sehr, sehr individuell und pauschal Hunde abzustempeln. Das sind Kampfhunde, das sind Listenhunde. Oh ne, sehe ich echt nicht so. Fühle ich gar nicht, wie man so schön sagt. Ich denke, dazu machen wir auch irgendwann mal eine Folge. Ja. Nicht sofort, aber wird irgendwann auch kommen. Ja, Listenhunde und Kampfhunde, da werden wir nochmal was zu machen. Ist halt ein sehr emotionales Thema, ne? Ja. Sind ja auch für viele sehr, sehr beliebte Hunde. Zurecht? Ja, eben, zurecht. Zurecht. Aber haben einfach leider immer noch nicht den besten Ruf, obwohl sich das, finde ich, wirklich, wirklich ändert in letzter Zeit. Aber man muss auch sagen, Leute, die eben genauso einen Hund haben, einen vermeintlichen Kampfhund, einen vermeintlichen Listenhund, die arbeiten da auch wirklich hart gegen. Also die machen viel dafür, dass dieser Ruf langsam verschwindet. Auch nochmal da, zurecht. Zurecht. Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gerne fünf Sterne hier bei Spotify da. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen in Schreiblaune seid, dann schaut doch mal bei Apple Podcast vorbei. Da könnt ihr nämlich uns sogar ein paar Zeilen schreiben. Oder ihr schreibt das auch hier bei Spotify direkt unter die Folge, wie euch diese Folge gefallen hat. Da freuen wir uns auch immer sehr, sehr drüber. Und da könnt ihr auch, wenn ihr eine kleine Frage habt, könnt ihr die da einfach auch mit reinhauen. Wir können leider, weil das noch technisch nicht so möglich ist, da nicht direkt darauf antworten bei Spotify. Aber wir nehmen die natürlich mit auf und dann kann es mal sein, dass wir die einfach mal hier vorweg vor einer anderen thematischen Folge einfach auch mal droppen. Und Lisa kurz ihre Einschätzung zu dieser Frage gibt. Ja, sehr gerne. Immer her damit. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.